So, dann springen wir mal da drauf. Hab ich doch noch Glück gehabt. Hier sind... Kein Absurd. Nein! Dann noch mehr. Kommt her! Nein! Huh! Nein! Nein! Oh oh! Kommt her! Nein, 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 nein! W- 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 H- W- Das war knapp. Huh, das war knapp. Lass uns zurück nach Hause gehen. Die hatten sich genauso. Ja, kühl dich ab. Okay, gibt es hier sonst noch irgendwas? Er hat eine Erinnerung oder so? Was ist denn hier los? Habt ihr das gehört im Hintergrund bei mir? So, egal was. Dann sind wir jetzt wahrscheinlich hier. Endlich frei, oder? Wieder zu Hause, meine ich besser gesagt. Oh, das ist Jesus. Danke, dass du doch gerecht hast, kleiner Freund. Es ist schön zu sehen, dass Shameless nicht mehr allein ist. Jetzt wissen wir, dass wir uns gegen die Zugs wehren können. Momo hat in der Nähe der Kanalisation auf dich gewartet. So, was haben wir noch? Okay. Doch und Shameless sehen glücklich aus. Ich glaube, wir haben zusammen etwas Gutes getan. Ja. Ich würde sagen, wir geben aber hier Dingens. Was? Der hier? Noch ein, äh, bei der letzten Musikschule, bei der wir haben. Ja, ich hab hier noch einen. Morgen über morgen. Sehr cool. Hier, schau dir das an. Ja, egal. Wir sammeln wieder die Papiertüte ein. Und... Äh... So, versuch zu schärfen. Nein. So, na. Wo ist denn das? Benzo! Oh, warte auf seinem Boot auf dich. Du kannst nicht ihn anschließen, aber hast du hier drin alles erledigt, was du wolltest? Denn ich werde die Tür hinter dir schließen. Ich will, dass die Zugs hier reinkommt. Äh... Ne, ich hab den Tresor hier noch nicht geknackt. D-Code benutzen. Äh... Hier, untersuchen. Oder B12 zeigen. Vielleicht weißt du... Wo steht vor der Zahlen geschrieben? Aber es sieht aus wie eine binäre Sprache. Eine Abfrage von 9 und 1. Wir müssen den Tod auf irgendeine Weise schließen. Wahrscheinlich hat er was mit diesem Safe zu tun. Natürlich hat er das mit dem Safe zu tun. Aber... Warte mal... Untersuchen... Irgendwie muss er doch bestimmt entschlüsseln können. Sagt mal... Wächter... Weißt du... Er ist... Momo, warte... Ja, äh... Hier... Bestimmt... Schäm... äh... Schämisch fahrreich hier... Schreffen? Doch... Hallo Teddy... Wie läuft's, Rosie? Oh, Billy... Kennst du meinen Sohn James? Ich habe... Äh... Ihm habe ich erst zu bedanken, dass ich von jedem verfluchen Ort zurückgekommen bin. Ja, okay... Mit Teddy sprechen... Mit Billy sprechen... Mit Rosie sprechen... Aber irgendjemand muss mir doch damit helfen können, oder nicht? Oder kommen wir hier nochmal wieder zurück? Ansonsten... Komm... Scheißen wir auf den Code... Kommen wir halt eben weiter... Miau... Huh... Springen, ob du bereit bist... Lass uns hier verschwinden... Lass uns hier verschwinden... Ja... Schauen wir uns hier mal um... Na, ich glaube, hier gibt's auch nicht viel... Ich kann nicht glauben, dass du dort gefunden und in den Flugzeug bekommen hast... Dann können wir jetzt Spal... Äh... Spalthasar finden... Los geht's... Ja, okay... Such mal... Äh... Spalthasar... Ich kann seinen Namen nicht aussprechen... Die Kanalisation... Ich will Momo springen... Komm... Dieser Ort ist unheimlich... Ja, ich sehe es genau so... Oh... Wie süß die sitzt... Wie süß sie sind? Okay, ich habe es dann im Tenden... Womöse... Ich habe es dann... Ich habe es dann... Ich hätte es dann... ...gez Erregulaciones... Du siehst... Ihr stimmst... Siehst du... Was erzählt er da? Ich sehe keine Willen, dass so zuhören. Kannst du mal auf der anderen Seite nachsehen? Klar. Die Katze wieder. So... Pas-pas-pas-pas-pas ... Mach ich hier hoch. Top 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 ja ja Gibt's keine mehr, oder? Aber ich hab's irgendwie schon kommen sehen. Hier gibt's nix. So, dann mal schauen. Ich bin wieder auf hoch. Ich bin wieder auf hoch. Oder wo müssen wir lang? Sonst könnten wir hier lang? Oder? Auch nicht. Ah, hier! Hier ist der Hebel. Hm? Jo, kommst du hier rüber? Was sagst du? Ich war noch nie so weit weg von den Slums. Weil du hier bist, hab ich nicht einmal Angst. Jo, wir sind von einer Katze geschützt. Oh oh, da oben sind wieder welche. Ich glaub, die warten auf uns. Wenn also wieder einer da am Springen ist, die warten definitiv auf uns. Gibt's hier noch mehr von denen? Ich hoffe nicht. Ich kann aber auch verstehen, dass die alle Angst vor dem Zugs haben. Sehen auch ein bisschen gruselig aus. Gäste vielleicht wieder? Ja, ich glaube nicht, dass das rauskommt. Was die... Und natürlich dürfen wir das wieder wahrscheinlich reparieren. Komm Momo, all diese alten Vorrichtungen sind jetzt kaputt. Ich glaube wir können sie nur noch per Hand öffnen. Ok Momo, Hand sack an. Klemmte? Gleich beraten, du erwartest, dass ich auf der anderen Seite auch mitziehe. Schnell, ich spring unter die Tür, sie wird nicht lange halten. Ähm, so. Äh, ich kann mit dir nicht weitergehen, aber hm. Ich werde nicht aufhören, nach einem Weg zu suchen. Wenn du Spalter-Sound-Clementide willst, sag ihnen, dass ich mutig war. Wie soll ich das denen sagen? Oh oh. Oh oh. Jetzt werden wir definitiv drauf gehen. Wir sind den Nest von den Slugs. Oh oh. Ja komm, natürlich auch. Schnell. Okay. 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 Die persek und die Verlangen gehen. Wir werden nicht mehr hier. So. Okay, der ist tot. Und... Was ist mit den? Die jagen mich anscheinend nicht. jeder so welche auf der anderen seite der band mit denen die kann ich jetzt nicht abmurksen doch das sind noch mehr hier habe ich voll erschrocken wir gucken ob es hier noch mehr gibt ich guck erst mal vielleicht da die uns immer eine erinnerung die kanalisation ja jetzt erinnere ich mich sauberes wasser war die stadt wurde von riesigen maschinen versorgt die tief in die erde gruben wie alles andere auch wurde es rationiert um die menschen zeiten der dürre zu versorgen der wissenschaftler zeigte mir den bauplan für die wassertanks sind gigantisch und könnten ein ganzes gebäude fassen okay eins haben wir sind auch schon was erinnerungen angeht wenn wir hier mal schauen auch ganz schön ja hier fehlen wir sind schon ganz schön weit vorne und wir sind auch schon gleich kurz vorm ende irgendwann wir aber hier war jetzt nur erinnerung ich bin auch schon bei uns dann können wir nichts machen wir gehen aber hier lang und vorsichtig hier runter und darüber die da hinten die sehen mich glaube ich schon gleich hier geht es nicht weiter vor denen habe ich richtig angst da geht es weiter noch mehr ja ja nein wieder herzrasen ich habe eine geile idee die fallen hier eh alle runter schnell schnell feilig Nein! Nein! Boah! Nein! Biss mich nicht! Wollt ihr keinen Geist? Guck! Wollt ihr den? Oh? Ja! Achtung! Wollt ihr den? 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 Ich habe noch ein paar Schiefer. Was haben wir noch ein paar Schiefer? Ok, laden wir nochmal auf, dann machen wir die 3 hier Boah, gibt es hier viele So, dann die 3 noch Boah Ich hab gedacht, das war's gleich Boah, sind das viele hier Nein, 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 nein Warte mal Ok, hier nochmal Komm, wir sammeln uns die alle Nein Oh oh Nein Nein, schnell ein Nein Nein Warte Cabinet Warte mal Das hat ein cool Versuch dann haben wir da noch ich glaube hier gibt es nichts mehr aber ich kann auch nicht sehen wohin jetzt eigentlich aber wir haben hier haben die alle auf mich jetzt gewartet das richtig ich glaube komm los dahin kommt her ja was sind das augen scheiße guck mich alle an ja egal kommt her alle nicht hier kommt 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 hoppla und jetzt kommt her sch 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 So, die sind alle erledigt. Gibt es hier noch irgendwelche? Kann ich die Augen kaputt machen? Ne, aber die gucken mich alle an. Ja, da kommen jetzt auch wieder welche. Ähm. Na, kommt der. Ima ja auch noch. Ima ja auch noch. Ima ja auch noch. Nein, nein, nein. Scheiße. Okay, da war ich jetzt zu übermutig. Ja, ich muss mich, dass es noch nicht will. Ich weiß nicht, nicht. Ich bin ein Leuchttemberg. Trommelhern. Du bist schützig. Ich bin ja auch nicht. Ich bin ja auch nicht, Ed. Ich bin ja auch nicht, dass ich eine Sache lasse. In einem Schiff. Ich bin ja auch nicht, die Musik auf. Ich bin ja auch nicht. Ich bin ja auch nicht. Ich bin ja auch nicht. Musik Musik Musik